Also seitens des Präsidiums auch gesagt wurde, dass tatsächliche Berichtigungen im Kern auch solche sein sollen. Im Wesentlichen aber zu den Äußerungen des Herrn Diplom-Ingenieurs Magulis, möchte ich feststellen, das ist vielleicht im Lärm untergegangen, dass ich bereits pauschal für die letzten Sätze einen Ordner so verteilt habe. Es wird aber das Protokoll angefordert, nochmals untersucht und die doch sehr unglaublichen Feststellungen des Herrn Diplom-Ingenieurs einer neuen Prüfung unterzogen. Zum Ort gemeldet ist ja ein Stadtrat Lazar, ich erteile es.